4. Mai 2011, Polizeibüro Zürich, Abteilung Kapitalverbrechen. Ach, aber natürlich, Frau Oberstaatsanwalt. Moment. Personalnot, Drogen, Russenmafia, die Schussverletzung von Kavalli bei der Festnahme. Drei Monate krankgeschrieben und Regina im Urlaub. Alles bleibt an einem hängen. Jetzt muss man auch noch den Postboten machen. Neues in diesem Selbstmordfall, Fanny? Philipp Knecht? Ja und nein, Frau Hanisch. Außergewöhnlicher Todesfall. Suizid durch Erhängen. Todeszeitpunkt 3. Mai, 3 Uhr früh. Gott, Fanny, das steht in der Akte. Ich meine, warum müssen wir uns damit befassen? Sie sind doch Ermittler. Sie wollten gerade aufs Land ziehen. Keine Finanzprobleme, zwei kleine Kinder, keine Eheprobleme, keine Gesundheitsprobleme, keine Depressionen. Niemals hat er sich selbst erhängt, sagt seine Frau. Ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht fremd ging. Sie streitet das ab. Das würde sie auch, wenn es zutrefe. Tatsächlich hat sich Knecht atypisch erhängt. Aber ohne direkte Hinweise auf Fremdeinwirkung. Ich werde Ihnen so bald wie möglich meinen Bericht geben. Klaben Sie nichts zu Tief, Fanny. Ich will die Sache vom Tisch haben. Haben Sie schon was von Kavalli gehört? Kavalli, das Zentrum der Abteilung, kuriert gerade seine Schussverletzung aus. Sein Team nennt ihn Häuptling. Zumindest benehmt er sich wie einer, immer auf Kriegspfad. Das bekommt dann Regina zu spüren. Diese Vermischung von Beruf und Privatem schätze ich gar nicht. Kavalli wieder auf die Beine helfen. Als ob der sich helfen lässt. Sein Spürsinn wäre jetzt nützlich. Ob der etwas faul ist und Regina... Regina, Regina! Regina ist im Urlaub! In Georgien! Ausgerechnet! Ja? Tobias? Regina! Wie kommt ihr zurecht? Jasmin hat alles im Griff. Und Frau Oberstaatsanwalt ist gerade raus. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich eine Bitte. Ich bin auf der Suche nach Isabel Jenny. Ihre Familie lebt in Zürich und sie arbeitet für das Hilfswerk Teamwork in Tiflis. Stille Lügen Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Petra Ivanov. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek 9. Mai Tiflis Schweizer Botschaft Herr Botschafter, ich habe Ihnen ja schon am Telefon angedeutet, weshalb wir hier sind. Tja, willkommen in Tiflis, Frau Flint. Herr Kavalli, bitte. Nehmen Sie Platz. Danke. Danke, Herr von Abo. Sie suchen also eine vermisste Person. Ja, Isabel Jenny. 38 Jahre alt. Sie ist beneidenswert, attraktiv und arbeitet für Teamwork. Das Schweizer Hilfswerk. Klein, aber effektiv. Isabel flog am 28. April von Zürich nach Tiflis und seitdem hat niemand sie gesehen. Warum beschäftigt sich eine Staatsanwältin damit? Noch dazu im Ausland? Ach, Isabel ist eine alte Schulkameradin von mir. Sie meldet sich nicht und sie ist nicht erreichbar und wir sind zufällig im Urlaub hier und da bat mich, ihre Mutter mal nachzuhören. Haben Sie denn schon mit den georgischen Behörden Kontakt aufgenommen? Nein, noch nicht. Gut. Die Zusammenarbeit ist mitunter recht schwierig. Wie lange sind Sie denn in Tiflis? Noch zwei Tage. Dann wollen wir nach Patumi ans Meer. Ah, schön. Die Zukunft hier gehört dem Tourismus. Viele ausländische Investoren beginnen sich für Georgien zu interessieren. Auch Schweizer. Mögen Sie Berge? Na, wenn Sie nicht so steil sind. Ja, also ich melde mich dann bei Ihnen. Sobald wie möglich. Ja? Kavalli. Lauscht und lauert. In Gedanken sucht er längst nach Spuren. Dabei soll es ein Erholungsurlaub werden. Flucht vor der Untätigkeit weit weg von Zürich. Nur lassen seine Kräfte schneller nach, als er dachte. 41 Jahre bei bester Gesundheit und dann eine Schussverletzung und zack, auf einen Schlag, alles vorbei. Alles in Ordnung, Kavalli. Mach auf. Brauchst du Hilfe? Bin gleich soweit. Ich habe mit einer Lili Zagarischwili telefoniert. Sie leitet hier das Büro von Teamwork. Lili hat erzählt, Isabel sei wandern gegangen. In den kleinen Kaukasus. Isabel fährt wohl oft dahin. Aber dass sie sich nicht meldet, sieht ihr nicht ähnlich. Lili zeigt mir morgen Isabels Arbeitsplatz und ihre Wohnung. Und dann habe ich mein Versprechen eingelöst. Und der Rest ist Sache der georgischen Polizei. Es wird mir leicht sein, Sie im Kaukasus zu finden. Ich bin müde. Geh mir ins Bett. Wir? Ja, du in deins und ich in meins. 10. Mai, Zürich, Vorstadt. Eine zierliche Frau, die Mutter von Isabel Jenny. Nur die Hände, Haken wie Plastik reichen im Sandkasten. Aber mit grünem Daumen. Was ist das? Sehr hübsch. Rizinus communis. Ein Wunderbaum. Ich hätte Regina nie darum bitten dürfen. Ihre Tochter wird bald wieder in der Schweiz sein. Wir glauben gar nicht, wie die Menschen dort leben. Wie im Bürgerkrieg war das damals. Anfang der 90er. Verpressung, Spekulationen, Schmuggel, Drogen. Teamwork hat für die Flüchtlinge Notunterkünfte eingerichtet. Im alten Hotel Kaukasus. Und bildet dort jetzt junge Frauen aus. Aber auch der Tourismus macht das alte Hotel wieder interessant. Und Frauen? Sind in Georgien Nebensache. Sie hat dort diese Auffangstelle aufgebaut. Sie fühlt sich zu Schwächeren hingezogen. Sie findet es ungerecht, dass es uns so gut geht. Sie glaubt, dass wir etwas bewirken können. Isabel und mein Mann sind sich deswegen oft in die Haare geraten. Sie stehen sich nahe. Das Kostbarste, das sie hat. Ihre Stelle als Laborantin hat sie frühzeitig aufgegeben, um nur für Isabel da zu sein. Plötzlich stand sie da. Aber sie hat nicht gesagt, dass, wann sie kommt. Das war Montag, oder? Am 25. April. Kamen Sie oft zu Besuch? In Georgien gefällt es ihr besser. Sie ist sehr plötzlich abgereist. Haben Sie sich gestritten? Meine Tochter ist verschwunden. Vielleicht verschleppt. Im Kaukasus ist alles möglich. Dort müssen Sie Ihre Fragen stellen, nicht hier. Ein Einzelkind. Ihr Ein und Alles. Und? Bist du weiter? Der Selbstmord? Nichts Ungewöhnliches. Auf den ersten Blick. Frau Knecht hat heftige Zweifel. Knecht arbeitete bei der Zentrale für Spendenorganisationen, die prüfen, ob Spendengelder korrekt verwendet werden. Vielleicht gab es Unregelmäßigkeiten. Auch unverschuldet. Teamwork ist auch so eine Spendenorganisation. 11. Mai, Georgien. Nun sind wir doch in Richtung Kaukasus aufgebrochen. Die Fahrerei ist anstrengend. Ich habe Cavalli überzeugt, zwei Nächte Ruhe im Luxushotel Zarfranco. Er ist einverstanden. Zumal er das Gefühl hat, dass wir verfolgt werden. Oder beschattet. Ein dunkler Geländewagen. Ich wollte ihn schonen. Ach, jetzt ist er verstimmt. 320 Dollar für ein Hotelzimmer. Auf welcher Seite willst du schlafen? Fenster oder Bad? Einzelzimmer wären mir lieber. Fenster. Gäste aus der Heimat. Sehr erfreut. Frank Bollai, ich bin der Hotelbesitzer. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl hier. Danke. Das Zarfranco lässt keine Wünsche offen. Ein kleiner Willkommensgruß aus der Heimat. Schweizer beehren uns ja eher selten. Schade, dass Sie nicht länger bleiben. Ja, wir wollen weiter nach Batumi. Da müssen Sie unbedingt Vazia anschauen. Das Höhenkloster. Gigantisch. Aber es liegt nicht gerade am Weg. Charmant, dieser Frank Bollai. Aber auf diesen ganzen Schnickschnack, gewärmte Handtücher, importierte Schokolade, Sicherheitsschleusen, kann ich verzichten. Dass dieser Botschafter sich nicht meldet. Morgen treffe ich Lewan. Lili hat das arrangiert. Lewan koordiniert die Bauernprojekte für Teamwork. Lili Zegarischwili hat mich gewarnt. Er ist ungehobelt. Aber herzensgut. Und verliebt in Isabel. Vielleicht hilft das bei der Suche. Allerdings will sie sich nicht binden. Darunter leidet er. Und sie hat einen Freund. Im Zarfranco. Sagt Lili. Wir sind sicher den ganzen Tag unterwegs. Da könntest du gut die Heilbäder besuchen. Wie ich dich kenne, hast du schon eine Behandlung für mich reserviert. Möchtest du? Ich tue es. Die Mitarbeiter von Teamwork sind wenig kooperativ. So wenig wie die Behörden. Die Verteilung der Hilfsgelder läuft wohl nicht immer vorschriftsmäßig. Unregelmäßigkeiten überall. Schiebereien, mafiose Machenschaften, Gewaltbereitschaft. Niemandem ist zu trauen. Einer des anderen Wolf. Karalli. Essen. Es ist schon 8 Uhr. Abends oder morgens. Schön schaust du aus. Wo ist meine Jogginghose? Ich hatte sie auf den Stuhl gelegt. Ach. Dann hatten wir doch Besuch, als ich baden war. Ich dachte, ich hätte die Koffer zugemacht. Bist du sicher? Richtig sicher kann man sich nirgends sein. Als ich zurückkam, war meine offen und ein paar Sachen waren verteilt. Was ist da drin? Linsen. Das ist Tobias. Moment. Ja, Tobias? Typisch, Fani. Hört das Wort Essen und schon meldet er sich. Isabel. Soweit er erfahren konnte, wollte sie so dringend nach Tieflis, dass sie einen Nachtflug genommen hat. Danke, Tobias. Ach, und noch eine bitte. Kannst du dich noch nach Schweizer Firmen erkundigen, die in georgische Hotels investieren? Bitte. Ja, gut. Wie geht es euch? Hat die Botschaft inzwischen etwas unternommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wir hören nichts von denen. Da wird gerade ein Todesfall gemeldet. Unklare Ursache. Entschuldige, Regina. Da wird gerade ein Todesfall gemeldet. Bis später. 12. Mai. Zürich. Vorstadt. Mirjana Ratschitsch. Mirjana Ratschitsch. Zimmermädchen im National am See. Nur der Herr mit der Schokolade sei sehr nett gewesen. Aber zu alt. Leider. Ah, Mist. Ich kann Regina nicht erreichen. Es gibt auch noch andere Staatsanwälte. Darum geht es nicht. Knechts Suizid ging mir nicht aus dem Kopf. Knecht regelte die Finanzen von Teamwork. Ich bin überzeugt, Isabel hat ihn besucht, als sie hier war. Kann sein geschäftlich, vielleicht privat. Viola Knecht sagt bestimmt nicht alles. Philipp hat selten über Teamwork gesprochen. Aber er wunderte sich, dass Teamwork in Immobilien investieren wollte. Er hat vor seinem Tod eine große Summe an Eastern Investments überwiesen. Arbeitet Eastern Investments mit Flüchtlingen? Ich nehme doch an, es hat mit ihr... War es ihm wichtig, Isabel zu beeindrucken? Ich denke schon. 13. Mai, Georgien. Luxushotel Saar Franco. Ja? Hallo, Tobias. Störe ich? Regina, Regina, wo seid ihr? Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich konnte dich nicht erreichen. Ja, hier geschehen eigenartige Dinge. Jemand hatte Regina verfolgt, als sie versuchte, draußen zu telefonieren. Im Dunkeln wollte sie davonlaufen, sich verstecken, hatte sich aber verirrt. Kavalli hatte sich auf die Suche nach ihr gemacht und war angegriffen worden, von einem brutalen Kämpfer in einem dunklen Geländewagen. Es gab eine Schlägerei. Und später fielen Schüsse. Aber Kavalli war es gelungen, zu entkommen, Regina aufzuspüren. Irgendwo im Dickicht der Hänge oberhalb. Und er hatte sie ins Hotel zurückgebracht. Erschöpft. Im Klaren darüber, dass sie im Wege sind. Aber wem? Das lässt sich nur ahnen. Es ist jetzt gut, sich aneinander festzuhalten. Er schläft jetzt. Mit wem sprichst du? Mein Kavalli. Wie ein kleines Kind liegt er da und seufzt im Halbschlaf. Und so fühlt sich Glück an. Ich sehe genau, dass du wach bist. Du blind sitzt. Ich hoffe nur, dass ich nicht wach bin. Komm. 14. Mai, frühmorgens. Zürich. Ja? Der Nachtportier vom National am See. Ob ich Frau Knecht kenne? Meine Visitenkarte war in ihrer Tasche. Sie hat etwas viel getrunken. Ich komme. Das National am See. Ein Zufall? Als ich ankomme, gibt er mir die Sachen von dem Zimmermädchen, Mariana Ratschitsch. Weil ich doch von der Polizei bin. Frau Ratschitsch? Äh, ja gut, aber eigentlich komme ich wegen Frau Knecht. Da hockt sie im Waschraum. In einer Ecke. Völlig verrutscht. Sie waren hier. Isabel Jenny und mein Philipp. Ich habe die Quittung gefunden. Knecht hatte was mit Isabel. Angeblich ein Ausrutscher. Aber am 26. April stand sie plötzlich vor der Tür. Völlig überraschend. Unangemeldet. Ich dachte, es wäre vorbei. Sie hat einen Freund. In Georgien. In einem Hotel. Sie glauben doch nicht, dass mein Mann ihr... Sie... Das ist absurd. Er war mit dir zusammen. Hier. Wie hat er sich danach benommen, später? Er war niedergeschlagen. Aber ich wollte nicht wissen, was passiert war. Ich wollte, dass sie verschwindet. Isabel ist nach Georgien abgereist. Es sei denn, jemand anderes wäre an ihrer Stelle nach Georgien geflogen. 14. Mai, mittags. Zürich, Polizeibüro. Isabel von einem Unbekannten in Tiflis abgeholt. Dieses fragwürdige Verhältnis zu Knecht. Die Transaktionen. Der Suizid, der vielleicht keiner war. Was noch? Der Botschafter. Vielleicht sollte Frau Oberstaatsanwalt Bescheid wissen. Aber Botschafter von Aburg war in der Schweiz. Zur selben Zeit im National am See. Noch ein Liebhaber von Isabel? Möglich. Nur hat sie eine viel größere Überraschung. In einem georgischen Bergdorf, Gertwissi, hat es eine Schießerei gegeben. Das Opfer ist ein Schweizer Hotelier. Frank Bollai, der Chef des Zar Franco. Aber nicht nur das. Unsere beiden Touristen wurden verhaftet. Was? Regina? Verhaftet? Und der Häuptling? Wegen versuchten Mordes. Unmöglich. Wann? Warum? Wie kommen die Georgi auf die Idee, dass der Häuptling was damit zu tun hat? Ich weiß nur, dass beide ins Untersuchungsgefängnis nach Tiflis gebracht worden sind. Die Botschaft ist eingeschaltet. Regina? Das geht nicht. Da herrschen haarsträubende Zustände. Und der Häuptling ist krank. In georgischen Gefängnissen wird gefoltert. Niemand schaut der Polizei auf die Finger. Wann wurden sie verhaftet? Gestern. In einem Bergdorf. Kann sein, dass ihr Handy dort keinen Empfang hatte. Worüber hast du mit Regina gesprochen? Ob eine Schweizer Firma in georgische Hotels investiert. Der Hotelier Frank Bollai. Der wird gerade nach Zürich überführt. Ins Klinikum. Nun bleibt Reginas Arbeit weiter an mir hängen. Da erwarte ich Ihre Unterstützung. Natürlich, Frau Oberstaatsanwältin. Philipp Knechts Beziehung zu Isabel und zu Teamwork. Eine Interessenkollision? Und das Zimmermädchen Mariana Ratschitsch? Ob sie Isabel oder Knecht gekannt hat? Ich habe keine Verbindung gefunden, außer dass sie im National am See arbeitete. Am Abend des 26. April hatte sie frei. Wir müssen klären, ob sie Dienst hatte, als von Aarburg dort zu Gast war. Mirianas Mutter hat einen großzügigen Hotelgast erwähnt. Anscheinend gefiel er Miriana. Aber sie hat gesagt, er wäre zu alt. 18. Mai, Tiflis. Untersuchungsgefängnis. Fünf Tage schon. Das Warten zermürbt. Ich zähle die Minuten, dann die Stunden, dann die Tage. Inzwischen weiß ich nicht mehr, ob Mittwoch oder Donnerstag ist. Als die Polizei unser Zimmer gestürmt hat, dachte ich, ein Versehen. Aber der Offizier, seine Pistole, die fremde Sprache, die Geschichte war nicht aufzuhalten. Die pure Ohnmacht. Ich habe nichts verstanden, nur... Go, 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 go. Ich habe mich ergeben. Go, 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 go. Das Krawali hat sich gewehrt. Mit Worten, mit Gesten. Brutal niedergeschlagen haben sie ihn. Sein Gesicht blutüberströmt. Alles aus den Koffern gezerrt. Dann der Triumph. Ein Handy. Nie zuvor gesehen. Noch bin ich nicht krank. Mein Körper ist schlau. Er weiß, dass ein Infekt hier fatal sein könnte. Nur übel ist mir schrecklich übel. Ekel und Entwürdigung. Das Essen? Widerlich. Ich esse zu wenig. Allein die Vorstellung, über dem stinkenden Abtritt zu kauern, raubt den Appetit. 20. Mai, Tiflis. Untersuchungsgefängnis. Von Nahrburg ist gekommen. Der Botschafter, endlich. Er lässt uns nicht allein. Er wird erklären können. Aber Frank Bohlei? Es ist auf ihn geschossen worden. Den Besitzer vom Zar Franco? Ja. Und darum wurden wir verhaftet? Ich weiß auch nicht, was dahinter steckt. Aber Sie können sich auf mich verlassen, Frau Flint. Ich habe Kontakte. Und Ihre Kollegen in Zürich arbeiten auf Hochtouren. Herr von Arburg, es ist ganz klar, dass unsere Fragen nicht willkommen waren. Er ist ein Lichtblick. Dafür bin ich ihm dankbar. Und Kavali? Er ist krank. Es tut mir leid. Zu ihm habe ich keinen Zugang. Sie müssen ihm helfen. Ich kümmere mich drum. Hier, ein paar Sachen. Das wird Ihnen im Alltag hier etwas helfen. Ich gebe alles der Wärterin. Lieber verschenke ich die Sachen gleich, bevor mir meine Zellgenossen hin sie abnehmen. Und vielleicht hilft's. Bestechung gehört zum Alltag. Einer des anderen Wolf. Da, für dich. Ja, nimm. Kannst du alles behalten. 20. Mai. Zürich. Polizeibüro. Frau Flint geht es den Umständen entsprechend gut. Sie bekommt von uns alles, was möglich ist. Vor allem Tauschmaterial. Parfum, Zigaretten, Cognac. Wir tun, was in unserer Macht steht. Aber ich weiß nicht, was dahinter steckt. Endlich ist der Botschafter zu erreichen. Von Arburg berichtet von seinem Besuch im Gefängnis. Die beiden waren bei den Zwischenfällen in Gertwissi offensichtlich zwischen die Fronten geraten. Und die Mitarbeiter von Teamwork? In Tiflis? Oder vor Ort? Dieser Lewan, der mit den Bauernprojekten? Ich glaube kaum, dass er etwas damit zu tun hat. Allerdings haben wohl einige Bauern mehr bekommen, als erlaubt. Gefälligkeiten? Lief mit den Krediten tatsächlich etwas nicht so, wie es sollte? Gut möglich, dass Lewan das auf seine Art regeln wollte. Vielleicht wollte er verhindern, dass die beiden mehr darüber erfahren. Lewan würde nie zulassen, dass jemand dem Hilfswerk schadet. Und versucht, den beiden einen Mord in die Schuhe zu schieben? Gibt es Beweise? Wie lange darf man sie überhaupt festhalten? Warum haben wir den Georgien Polizeiarbeit gezeigt, wenn sie dann so verfahren? Leider kommt die Polizei ohne Tatwaffe nicht weiter. 21. Mai, Tiflis. Isabel und Lewan. Frank Bollai, der Hoteldirektor, der Botschafter. Kennt ihr Isabel? Isabel verbringt viel Zeit in Gert wie sie. Natürlich kennt sie Bollai, den einzigen Schweizer dort. Er hat uns dahin geführt. Isabel auch? Wir waren jemandem im Weg. Jetzt nicht mehr. Isabel auch? 23. Mai, Zürich. Tobias! Tobias, hör dir das an! Vor 15 Monaten wurde ein georgischer Politiker getötet, offenbar mit derselben Waffe. In der Tat eine Überraschung. Sie gehört dem Mitglied einer paramilitärischen Organisation. Er behauptet, die Pistole sei ihm gestohlen worden, genauso wie sein Handy. Er sei mitten in der Nacht von einem Mann überfallen worden, angeblich von Kavalli. Und die Polizei hat sein Handy in Kavallis Koffer gefunden. Scheiße! Das gefällt mir nicht. Werde wohl vom Dienst suspendiert. Und Regina? Ich nehme nicht an, dass die Staatsanwaltschaft anders reagiert. Das muss ich eigentlich alles selber machen. Wie konnte euch das entgehen? Von Arburg ist mit Frank Bollai verwandt. Frank Bollais Mutter lebte im Libanon. Ihr zweiter Mann war dort Botschafter. Pierre Richard Von Arburg. Botschafter? Bollais Vater starb, weil er acht Jahre alt war. Und zwei Jahre später heiratete seine Mutter den Diplomaten. Von Arburg ist sein Vater? Stiefvater. Und Von Arburg besitzt eine PC-12. Ein eigenes Flugzeug? Das erklärt vieles. Ich habe das Gefühl, der treibt ein Doppelspiel. Von Arburg lügt. Er kennt Isabel Jenny. Kavalli und Flint sitzen vielleicht seinetwegen in der Kiste. Offensichtlich zieht der die Fäden. Tja, vielleicht sollten wir noch einmal im Nationalen See nachschauen. Er war tatsächlich dort. Der Portier erinnert sich Ende April mit einer jungen Frau. Auffallend hübsch. Ihm fiel der Altersunterschied auf und er fragte sich, ob er sie bezahlt. Bingo! Schönheit fällt auf. Jeder kann sich an Isabel erinnern. Lepage hat ihr ein Taxi gerufen. Sie fuhr zu ihren Eltern. Von Arburg blieb in der Stadt. 24. Mai, Tiflis, Untersuchungsgefängnis. Die Zelleninsassinnen sind gegen mich. Dafür kann ich auf die Unterstützung der Wärterin zählen. Dank von Arburg. So kann ich mit Kavalli zumindest kleine Zettelchen austauschen. Und ich werde das Beste aus dem machen, was uns verbindet. Waren Sie bei Kavalli? Nein, leider. Haben Sie Nachrichten? Ja, der Alltag ist eintönig. Er bekommt täglich Bohnen. Er schreibt, es muss jemand gewesen sein, der sich in den Bergen auskennt. Vielleicht lief ja mit den Krediten tatsächlich etwas nicht so, wie es sollte. Vielleicht wollte diese Leewahn verhindern, dass sie mehr darüber erfahren. Und versucht uns deshalb einen Mordversuch in die Schuhe zu schieben? Leider kommt die Polizei ohne Tatwaffe nicht weiter. Die Polizei hat keine Beweise. Machen Sie sich keine Sorgen. Dass mein Besuch beim Stabschef eine Blamage war, werde ich nicht verraten. Eine diskrete Lösung muss her. Jetzt muss ich es tun. Ich kann den Anruf nicht weiter hinaus schieben. Im Moment geht es nur noch darum, sich für das kleinere Übel zu entscheiden. 26. Mai, Tiflis. In einem Hinterzimmer. 1,8 Millionen. Einverstanden? Ich habe keine Wahl. 1,8 Millionen. Sehr gut. Ich zähle auf Sie. Jederzeit. Die Waffe ist da drin. Und die Fotos auch. Nie bis bei Kürtis. 1,8 Millionen Franken. Ein hoher Preis. 28. Mai, Zürich. Polizeibüro. Was? Frei? So plötzlich? Ich habe ihr ein Zimmer reserviert. Dort wird sie mit dem Nötigsten versorgt. Und Kavali? Das kann dauern. Vielleicht morgen. Es sind Fotos aufgetaucht, auf denen ein gewisser Glonti Frank Buley beobachtet. Ein aktiver Paramilitär. Kurz darauf wurde die Tatwaffe gefunden. Mit seinen Fingerabdrücken. Aber hat dieser Glonti ausgesagt? Dieser Glonti ist tot. Er wurde ermordet. 29. Mai, Tiflis. Vor dem Untersuchungsgefängnis. Und wie kamen diese Fotos zur Polizei, Herr von Arburg? Keine Antwort. Etwas an ihm ist anders als sonst. Abgesehen von seinen roten Augen und den Bartstoppeln. Es ist seine Krawatte. Er hat sie gelöst. Sie baumelt verloren an seinem Hals. Kavali. Kavali. Da steht er. Regina. Gebrochen. Aber aufrecht. Sein langes Haar verfilzt. Und ein leichter Bart. Wie ein Terrorist sieht er aus. Aber es ist nicht nur der Bart. Da ist eine Härte. Da ist eine Härte. Kavali strahlt eine Härte aus, die einen zusammenzucken lässt. Regina. Können Sie laufen. Gehen wir. HB-SFK ist an Call and Tower calling. Enter Control Zone via E. Join right and base for runway 28. Um diese Zeit ist niemand im Zollbüro. Wir tragen nur Namen und Passnummer in ein Formular ein und werfen es ein. Ich habe eine Reservierung im National am See. Am besten bringe ich Sie gleich ins Spital. Sie brauchen professionelle Pflege, Herr Kavali. Ziehe auch. Schauf lehnt. 30. Mai, Zürich. Klinikum. Du hast schon gepackt? Ist das nicht zu früh? Schlafen kann ich zu Hause. Ach, Kavali. Was ist los? Ich will nicht darüber reden. Komm, schließ mich nicht aus. Bitte geh mir nicht verloren. Was man nicht besitzt, kann man nicht verlieren. Was hat man dir im Gefängnis getan? Tu nicht, als sei nichts geschehen. Sprich mit mir. Ich will nicht darüber reden. Kavali. Ich muss dir etwas sagen, Kavali. Ich will nichts hören. Kavali. Ich habe in Georgien auch gelitten. Zwei Wochen lang haben mich meine Zellengenossinnen gequält. Mir mein Essen weggenommen. Urin und Kot auf meine Pritsche geschmiert. Mich gedemütigt. Ich habe Angst gehabt. Außerdem bin ich schwanger. Regina. Tobias, war es das schön, dich zu sehen. Wir hatten Angst, dass du vielleicht, also ich meine, wir wussten nicht, ob... Ich lebe noch. In ein paar Wochen bin ich wieder so gut wie neu. Und was ist mit dem Häuptling? Der ist nebenan. Bei Frank Bollai. Oberstaatsanwältin Hanisch hat der Bollai schon besucht. Inoffiziell. Ohne Zeugen. Wer weiß, mit welcher Absicht. Was, wenn sie ihm Kavali als Täter quasi in den Mund gelegt hat. Also Vorsicht. Kavali? Farni. Du kommst gerade richtig. Wir unterhalten uns eben über die Nacht des 14. Mai. Das dürfte dich auch interessieren. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Es war eine kalte Nacht in einem Bergdorf. Was hattest du dort zu suchen? Ich muss nachdenken. Du hattest genug Zeit. Soll ich dir sagen, wie es war? Der Schütze stand vor dir. Du hast ihm in die Augen geschaut, lange. Die Zeit steht in diesem Moment absolut still. Du weißt, dass ich nicht auf dich geschossen habe. Und ich komme wieder. Und von dir erwarte ich morgen früh einen ausführlichen Bericht, Farni. Du kommst zur Arbeit? 1. Juni, Zürich. Haben wir überhaupt einen Fall? Knecht hat unbestritten Suizid begangen. Auch wenn wir nicht wissen, warum. Ratchids Tod ist außergewöhnlich, aber ohne Hinweise auf Fremdeinwirkung. Bleibt Isabel Jenny. Ihr Verschwinden ist verdächtig, aber ihre Spur verliert sich in Georgien. Wir haben uns so intensiv damit beschäftigt, weil wir dachten, Reginas Festnahme habe mit Jannis Verschwinden zu tun. Regina ist aber wieder da. Und Cavalli auch. Also überlassen wir die Ermittlungen den Georgiern. So, fertig. Aber warum wurden wir so plötzlich freigelassen, wenn nicht von Arburg dahinter steckt? Wie kommen Sie im Moment zurecht, Frau Flint? Danke. Und Ihre Familie? Ach, ist nicht unbedingt meine bevorzugte Anlaufstelle. Allein zu sein, wenn man Hilfe braucht, ist furchtbar. Ist das Leben als Botschafter nicht auch sehr einsam? Das kommt auf die Familie an. Freunde und Bekannte lässt man immer wieder zurück. Und deshalb ist der engste Familienkreis so wichtig. Meine Frau ist vor drei Jahren gestorben. Sehr überraschend. Sie brachte damals einen Sohn aus erster Ehe mit in die Beziehung. Er war ein... ein besonderer Junge. War. Boley. So habe ich das nicht gemeint. Boley ist der Schlüssel. Aber ich halte sie auf, glaube ich. Die Frage ist nur, der Schlüssel wozu? Ich habe von Arburg vorgeladen. Er weiß, wer auf Frank Boley geschossen hat. Zweiter Juni. Zürich. Polizeibüro. Frank ist ein harter Geschäftsmann. Seine Methoden passen nicht jedem. Außerdem hat er immer wieder Affären. Mit dem Personal. Mit der Damen der Gesellschaft. Mit Isabel Jenny? Kennen Sie Isabel Jenny? Wir sind uns im Tar Franco begegnet, ja. Eine Entwicklungshelferin in einem Luxushotel. Ihr Freund arbeitet dort. An Armenier. Narek. Narek. Davidian. Sich gegenseitig einen Dienst zu erweisen, hat in Georgien Tradition. Haben Sie sich an illegalen Geschäften beteiligt? Was haben Sie als Botschafter zu bieten? Kontakte? Informationen? Visa? Wie bitte? Teamwork hat Kredite gewährt. Ja, Kleinkredite. An Bauern. Flüchtlinge, die satt sind, können protestieren. Gebildete Bauern stellen Forderungen. Das ist moralisch positiv. Von Arburg wollte sich engagieren. Aber das ist für Diplomaten schwierig. Neutralität. Arburg ist in Isabel verliebt. Sie hat sein Interesse geweckt. Ob sie ihn wohl dazu gebracht hat, Teamwork Geld zu spenden? Wir haben alle Spender überprüft. Er war nicht darunter. Vielleicht gab es andere Wege. 150.000 Franken hat von Arburg über Eastern Investments am 19. April auf das Konto von Teamwork überwiesen. Auf dem Bankauszug hatte Philipp Knecht in Großbuchstaben Verdankung notiert. Hat er Isabel damit gekauft? Steht er auf jüngere Frauen? Seit dem Tod seiner Frau ist er zumindest keine Beziehung mehr eingegangen. Besser, wir fragen den Herrn nochmal. Ich habe nicht in meinem Namen gespendet, sondern im Namen von Eastern Investments. Was genau macht Eastern Investments? Geld anlegen. Aktien, Fonds, Immobilien. Das Übliche. Gehört die Firma Ihnen? Meinem Stiefsohn. Aber ich habe Vollmachten. Frau Flint, Sie können mir glauben. Meine Beziehung zu Frank... Frank... Bolai? Ihr Stiefsohn? Ihr Stiefsohn? Was hätte es geändert, wenn Sie es gewusst hätten? In der Untersuchungshaft in Tieflis sicher nichts. Aber jetzt macht es doch nachdenklich. Ich gehe Knechtskonten besser nochmal durch. Aber wie passt Ratschitsch hier hinein, das Zimmermädchen? Wo ist der Zusammenhang? Mirjana Ratschitsch kannte von Aburg. Er hinterließ immer Trinkgeld, wenn er in Zürich war. Vielleicht hat sie etwas mitbekommen, was nicht für ihre Ohren bestimmt war. Aber von Aburg ließ letztes Mal kein Trinkgeld da. Nur eine angebrochene Pralineschachtel. Mirjana fand das wenig, zwei Pralinesriegel mit Likör. Dritter Juni, Zürich. Polizeibüro. Knecht hat 1,8 Millionen an von Aburg überwiesen. Genauer an Eastern Investments. Und von Aburg dann seine Spende von dieser Firma aus. Lilly von Teamwork hat erwähnt, dass es Verhandlungen über einen Verkauf des Frauenheims gibt. Laut Isabel steckt eine Schweizer Firma dahinter. Ja? Wann wurde das Geld überwiesen? Am 23. April. Dann hätte Isabel davon gewusst. Vielleicht kam sie deshalb in die Schweiz. Und vielleicht hat Isabel ihren Eltern etwas erzählt über das Hotel Kaukasus. Hotel Kaukasus? Das Frauenheim. Das ist ein Hotel? Eastern Investments gehört Frank Bollai. Ach, du denkst, Bollai will aus dem Heim wieder ein Hotel machen? Bollai oder Vorderburg? Oder beide. Das alte Hotel. 1,8 Millionen. Hotel Kaukasus, ja. Ob Isabel etwas... Frag ihre Mutter. Isabel hatte nie längere Beziehungen. Sie verdrehte den Männern den Kopf, ließ sie aber nicht an sich heran. Was steckte dahinter? Ein Missbrauch? Eine Krankheit? Ob Isabel ein glückliches Kind war? Ich glaube schon. Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Vater? Gab es etwas Außergewöhnliches an der Beziehung? Ja, sie stritten ab und zu. Vor allem als Isabel älter wurde. Aber das ist normal. Sagt Ihnen der Name von Arburg etwas? Er ist Schweizer Botschafter in Tiflis. Isabel ist mit ihm geflogen, als sie zu Besuch kam. Hat er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Das wissen wir nicht. Wir müssen herausfinden, wem das Frauenheim jetzt gehört. Vielleicht kann Kavalli das machen. Er wollte sowieso mit der georgischen Polizei Kontakt aufnehmen. Hoffentlich wird ihm das nicht zu viel. Wenn man vom Pferd fällt, steigt man am besten gleich wieder auf. Angeblich hat Lewan uns misstraut wegen der Bauernkredite. Aber vielleicht hatte er mehr zu verbergen. Einen Mord an Isabel zum Beispiel? Was hatte er für ein Motiv gehabt? Er war verliebt. Und er wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nicht nur er. 4. Juni, Zürich am See. Boley warb Leute ab, die Teamwork ausgebildet hatte. Im Zafranco verdienen sie als Hilfsarbeiter mehr als als Bauern. Was Teamwork erreichte, zerstörte er Schritt für Schritt wieder. Dann könnte Lewan hinter dem Anschlag auf Boley stecken. Die Polizei untersucht diese Möglichkeit zumindest. Und Lewan wollte uns den Mord in die Schuhe schieben. Hat er das Handy in den Koffer geschmuggelt? Aber unsere Sachen kann er nicht durchwühlt haben. Ich war ja mit ihm zusammen. Und was spielt Isabel für eine Rolle? Sie haben sie geliebt, nicht wahr? Nicht so, wie Sie denken. Wann haben Sie Isabel kennengelernt? An Neujahr. Sie hat ihren Freund im Zafranco besucht. Und warum haben Sie sie im April in die Schweiz begleitet? Ich hatte hier zu tun und bot ihr an, sie zu fliegen. Was wollte sie in der Schweiz? Ihre Familie besuchen. Philipp Knecht erhielt von Botschafter von Ahrburg die Anweisung, 1,8 Millionen Franken für den Kauf des Hotels zu überweisen. Damit gehört das Gebäude Teamwork. Und die Flüchtlinge dürfen bleiben. Nur von Ahrburg ist gar nicht der Inhaber. Er ist nur unterschriftsberechtigt. Und das wusste Knecht nicht. Knecht glaubte, die Firma gehört von Ahrburg. Und er vertraute ihm, weil Isabelle es sagte. Und weil er Teamwork eine große Summe gespendet hatte. Also überwies Knecht das Geld. Für sorgfältige Abklärungen war keine Zeit. Das heißt, Boley und von Ahrburg haben Knecht reingelegt, um an das Geld heranzukommen. Eastern Investments leitete die 1,8 Millionen sofort weiter an eine Holdinggesellschaft, die Boley gehört. Und dieser kaufte dann das Hotel. Isabelle erfuhr davon, reiste sofort in die Schweiz und stellte Knecht zur Rede. Deshalb hat er sich erhängt. Warum? Das Gebäude gehört Teamwork. Die Flüchtlinge konnten bleiben. Ist alles gut? Nein, das Gebäude gehört Frank Boley. Und der hat ganz andere Pläne. Knecht hat Teamwork ruiniert und hunderte von Flüchtlingen obdachlos gemacht. Also diese Transaktionen, so ganz verstehe ich das nicht. Muss da nicht besser das Wirtschaftsdezernat? Tja, Boley hat sich mit bösen Männern eingelassen und sich dabei verzockt. Und Stiefväterchen von Ahrburg hat ihn geschützt. Und er schwärmt für Isabelle. Frank Boley hat sie nach der Rückkehr am Flughafen in Tiflis abgeholt, sagt sein Personal dort. Dafür konnte es mehrere Gründe geben. Boley sah sich dazu verpflichtet. Oder er wollte etwas von ihr. Oder er versuchte, einem Dritten zu schaden. Narek? Lewan? Von Ahrburg? 1,8 Millionen Franken hat Von Ahrburg bezahlt, um uns freizukaufen. Was für eine Summe. Für welche Gegenleistung? Kooperation? Erwartet er, dass Kavalli ihn und Boley entlastet? Oder die Ermittlungen einstellt? Oder sucht er Dankbarkeit? Was denkt Kavalli darüber? Und was wird er jetzt tun, so tief verletzt, wie er ist? 5. Juni, spätabends, Zürich, Hotel National. Sie sind noch wach? Das trifft sich gut. Herr Kavalli, entschuldigen Sie, aber das ist kein günstiger Moment. Sie brauchen das Geld nicht. Genauso wenig wie ein Luxushotel. Sie wussten, wie wichtig Isabel Thiemberg war. War es Rache? Ich verstehe Sie nicht. Nein. Haben Sie diesen Glonti damit beauftragt, Frank Boley zu töten? Wir wissen, dass es Boley war, der Isabel am Flughafen abgeholt hat. Kam es Ihnen gelegen, dass man mich verdächtigte? Hier. Was ist das? Eine Überweisung? Über 1,8 Millionen Franken? Frank hat das Geschäft in die Wege geleitet. Bevor Frank das Geld an seine Partner überweisen konnte, geschah der tragische Vorfall in Gertvisi. Sie boten mir einen Deal an. Meine Unterschrift. Gegen die Tatwaffe und entlastende Fotos. Frank wurde tatsächlich beobachtet von Glonti, Auftraggeber unbekannt. Daraufhin wurde er unter Schutz gestellt. Der Verkauf des alten Hotels Kaukasus war nicht mehr zu verhindern. Wohl aber, dass wir für die Tat eines anderen büsten mussten. Die Mafia beschützt ihn? Ich schloss das Geschäft so ab, wie Frank es eingefädelt hatte. Aber sobald ich verstand, woher die 1,8 Millionen Franken standen, war mir klar, was ich tun würde. Tatsächlich. Teamwork als Zahlungsempfänger. Jetzt verstehe ich. Er will für Teamworks Schaden aufkommen. Aus Ihrem Privatvermögen? Außer finanziellen Mitteln habe ich nichts, womit ich mich entschuldigen kann. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich für einige Stunden allein lassen könnten. Schön, die Sterne. Der See. Das Wasser in der Dunkelheit. Die Lichter drüben am Ufer. Offenbar bin ich nicht der Einzige, der nicht schlafen kann. Regina Flint? Regina. Ich muss Sie sprechen. Unbedingt. In St. Gallen am Flughafen. Um diese Zeit? Warum am Flughafen? Will er die Schweiz verlassen? Wir hätten ihn in Haft nehmen sollen. Kavali? Wir sollen zum Hangar kommen. C4. Ich komme. 6. Juni, frühmorgens. Flughafen St. Gallen. Er ist abgeflogen. Eine PC-12 mit dem Kennzeichen HBSFK. Vor 40 Minuten. Laut Auskunft des Fluglosen hat der Pilot eine direkte Route über das Schwarze Meer nach Georgien eingetragen. Aber er nimmt keinen Funkkontakt auf. Ein Behälter. Aber das ist doch ein Sarg. Meine Güte. Isabel. In Salz eingelegt. Er hat sie konserviert. Wie kommt sie hierher? Mit von der Burg. Vor zweieinhalb Wochen. Von der Burg war nie daran interessiert, den Fall zu klären. Offensichtlich wollte er mit den 1,8 Millionen Buleys Betrug wiedergutmachen. Und seine eigene Schuld. Er hat vor dem Start nicht getankt. Er hat gar nicht vor, in Tiflis zu landen. Sie ist an einer Atemlähmung gestorben. Aber die Ursache ist nicht erkennbar. Angeblich war Isabel Kern gesund. Ich habe kürzlich eine fast identische Diagnose gelesen. Über Mirjana Ratschitsch. Ich muss noch mal ins Büro. Farnis Rapport. 6. Juni, Zürich. Polizeibüro. Die Gegenstände aus Ratschitsch spinnt. Durchmittel, Deodorant, Kampons, Unterhosen. Eine leere Pralinépa... Moment mal. Wo ist der Laborbericht? Nichts. Die Pralines. Drei Riegel. Die Packung war leer. Ah, das ist uns durchgegangen. Merd. Weiß man denn inzwischen, ob sie vergiftet wurde? Ein pflanzliches Gift, sagt das Labor. Der Tod tritt durch Atemlähmung oder Herzversagen ein. Wie bei Isabel. Man braucht in unserem Fall eine hohe Konzentration. Eine Praline bietet nur wenig Platz. Eine ganze Packung Pralines zu vergiften, um sicher zu gehen, dass eine ihr Ziel erreicht. Passt zu Bulei. Aber warum hat er nicht von Arburg vergiftet? Er hat ihm Isabel weggeschnappt. Ja, vielleicht galten sie ja von Arburg. Aber er hat sie nicht gegessen. Hm, sondern hat sie für das Zimmermädchen liegen lassen. Kavalli! 6. Juni, Zürich, Klinikum. Ich werde dich anzeigen. Das wird deine kleinste Sorge sein, Bulei. In einem georgischen Gefängnis... Ich weiß nicht, wovon du redest, Kavalli. Was hast du in Gertwisi gesucht? Dich. Mich? Warum? Ich wollte wissen, ob ihr etwas in der Hand habt gegen meinen Vater. Deshalb habe ich eure Sachen durchsucht. In der Hand? Wofür? Seit wann weißt du, dass Isabel tot ist? Was weißt du? Rede! Er hat sie am Flughafen abgeholt. Sie wollte in die Berge. Es ging ihr schlecht. Ihr war übel. Er fuhr sie zur Hütte. Es ging ihr sehr schlecht. Er versprach, ihr Proviant vorbeizubringen. Aber er kam nicht zurück. Du hast sie verhungern lassen. Aus Eifersucht. Ich kann nichts dafür. Ich wusste nicht, dass sie so krank war. Warum hat sie nicht um Hilfe gerufen? Das Handy hatte keinen Empfang. Aber als du sie gefunden hast, kam Papa sofort, um dir einmal mehr aus der Scheiße zu helfen. Wer hatte die Idee mit dem Salz? Welches Gift hat er benutzt? Das kann nicht sein. Mein Vater würde nicht... Nee. Dein Stiefvater hat sich das Leben genommen. Oh. Darauf war ich nicht gefasst. Der weint doch nicht etwa. 6. Juni, Zürich, am See. Rizin ist geschmacklos. Und die Symptome passen. Glaubst du, Isabel wurde mit Rizin vergiftet? Ich habe kürzlich einen Wunderbaum gesehen. Bei Barbara Jenny. Sie hat einen grünen Daumen. Und sie weiß sicher, wie man Gift herstellt. Sie war Laborantin. Kaum ein Giftstoff wirkt in so geringer Menge tödlich. Das Gift zu gewinnen, ist kinderleicht. Man braucht nur die Pflanzensamen, einen Mörser, Essig und Natriumsulfat. Natriumsulfat stand bei Jennys auf der Toilette. Ein Abführmittel. Blaubersalz. Aber was gäbe es für einen Grund, Isabel umzubringen? Familienangelegenheiten. Eine fatale Liaison vielleicht. Aber dann doch eher von Arburg. Kavalli. Regina. Von Arburg war das Ziel. Aber die Praline landete bei Isabel am 25. April. In der Packung waren drei. Sie hat mindestens eine gegessen. Mirjana Ratschitsch zwei. Und gedacht waren sie alle für von Arburg. Die Familienangelegenheit. Ja, ja. Sie hätte es mir wohl sagen müssen, aber es war nie der richtige Moment. Ihr Mann, Edi, kann keine Kinder zeugen. Ein hormonelles Problem. Aber Isabel ist nicht adoptiert. Hat sie es herausgefunden? Sie wollte reden. Aber mein Mann hätte es doch nie verstanden. Ja, Isabel nicht seine Tochter. Sie wollte unsere Familie zerstören. Aber wer ist dann Isabels Vater? Ihr Vater? Pierre Richard von Arburg. Er liebt Likörpralinen. Siebter Juni, Zürich. Polizeibüro. Die Abschlussbesprechung. Regina kann nicht teilnehmen. Sie muss aufarbeiten. Und zum Arzt. Aber eigentlich ist ja auch alles geklärt. Baba Jenny hat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Kein Wunder. Dass ausgerechnet Isabel von den Pralines gegessen hat, war ja auch ein unvorhersehbarer Zufall. Seit wann wusste Isabel, dass Vorna Burg ihr Vater war? Seit diesem Neujahrsfest. Da sind sie sich begegnet. Sie war farbenblind. Er auch. Farbenblindheit ist erblich. Isabel konfrontierte ihre Mutter damit. Und Barbara Jenny wollte den Schein der heilen Familienwelt wahren. Sie hat sich immer Kinder gewünscht. Vielleicht war er nur ein passender Samenspender, der jetzt im Weg war, damit ihr Mann nichts erfährt. Und Bollai wusste davon. Sein Hass galt Isabel nicht im Hilfswerk. Er sah sein Erbe bedroht. Als Stiefsohn. Von Arburg glaubte, Bollai habe Isabel getötet. Er half ihm, um sicherzugehen, dass der nicht verrät, wer Isabel wirklich war. Aber warum hat Von Arburg die Leiche in die Schweiz geschmuggelt? Sein Kind. Er hat sie geliebt. Und dieser Bauer in Georgien? Lewan wollte Bollai vom Hals haben, weil er Teamwork zerstörte. Und er konnte im gleichen Zug Regina und mich aus dem Weg schaffen. Das war alles. Ich nehme den Nachmittag frei. Na dann, warum noch Zeit investieren in einen geklärten Fall? Barbara Jenny hat gestanden. Die Sache ist abgeschlossen. Stille Lügen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Petra Ivanov. Es spielten Regina Flint, Regina Flint, Marie Leuenberger, Bruno Cavalli, Stefan Witschi, Tobias Farni, Urs Peter Halter, Jasmin Mayer, Silja Bechli, Teresa Hanisch, Eva Hosemann, Botschafter von Arburg, Jürg Löw, sowie Christian Gaul, Susanne Heidenreich, Andrea Hörnke-Tries, Florian von Mannteufel und Sarah Sophia Mayer. Ton Rolf Knapp, Technik Anke Schlipf, Regieassistenz Christina Hoch, Regie Uwe Scharek. Kavalli, was ist passiert? Das frage ich dich. Was machst du hier? Im Wartezimmer beim Frauenarzt. Warten. Produktion Deutschland Radio Kultur 2 Kannst du dich noch nach Schweizer Firmen erkundigen, die in georgische Hotels investieren? Bitte. Ja, gut. Wie geht es euch? Hat die Botschaft inzwischen etwas unternommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wir hören nichts von denen. Da wird gerade ein Todesfall gemeldet. Unklare Ursache. Entschuldige, Regina. Da wird gerade ein Todesfall gemeldet. Bis später. 12. Mai, Zürich, Vorstadt. Mirjana Ratschitsch, Zimmermädchen im National am See. Liegt vermutlich schon länger in ihrer Wohnung. Ihre Mutter hat sich Sorgen gemacht, weil sie nicht zur Arbeit erschienen ist. Es ging ihr nicht gut. Alles deutet auf eine Darminfektion. Aber mit Todesfolge? Das sieht nicht ganz astrein aus. Hat die Mutter Anzeige erstattet? Frau Ratschitsch lebt unauffällig. Zurückgezogen. Wie ihre Tochter. Mirjana hat wenig Kontakt zu den Gästen gehabt, sagt sie. Nur der Herr mit der Schokolade sei sehr nett gewesen. Aber zu alt. Leider. Ah, Mist. Ich kann Regina nicht erreichen. Es gibt auch noch andere Staatsanwälte. Darum geht es nicht. Knecht Suizid ging mir nicht aus dem Kopf. Knecht regelte die Finanzen von Teamwork. Ich bin überzeugt, Isabel hat ihn besucht, als sie hier war. Kann sein geschäftlich, vielleicht privat. Viola Knecht sagt bestimmt nicht alles. Philipp hat selten über Teamwork gesprochen. Aber er wunderte sich, dass Teamwork in Immobilien investieren wollte. Er hat vor seinem Tod eine große Summe an Eastern Investments überwiesen. Arbeitet Eastern Investments mit Flüchtlingen? Ich nehme doch an, es hat mit ihr... War es ihm wichtig, Isabel zu beeindrucken? Ich denke schon. 13. Mai, Georgien. Luxushotel Saar Franco. Ja? Hallo, Tobias. Störe ich? Regina, Regina, wo seid ihr? Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich konnte dich nicht erreichen. Ja, hier geschehen eigenartige Dinge. Jemand hatte Regina verfolgt, als sie versuchte, draußen zu telefonieren. Im Dunkeln wollte sie davonlaufen, sich verstecken, hatte sich aber verirrt. Cavalli hatte sich auf die Suche nach ihr gemacht und war angegriffen worden von einem brutalen Kämpfer in einem dunklen Geländewagen. Es gab eine Schlägerei und später fielen Schüsse. Aber Cavalli war es gelungen, zu entkommen, Regina aufzuspüren. Irgendwo, im Dickicht, der hänge oberhalb. Und er hatte sie ins Hotel zurückgebracht. Erschöpft. Im Klaren darüber, dass sie im Wege sind. Aber wem? Das lässt sich nur ahnen. Regina! Regina ist im Urlaub. In Georgien. Ausgerechnet. Ja? Tobias? Regina! Wie kommt ihr zurecht? Jasmin hat alles im Griff. Und Frau Oberstaatsanwalt ist gerade raus. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich eine Bitte. Ich bin auf der Suche nach Isabel Jenny. Ihre Familie lebt in Zürich und sie arbeitet für das Hilfswerk Teamwork in Tiflis. Stille Lügen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Petra Ivanoff. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. 9. Mai Tiflis, Schweizer Botschaft. Herr Botschafter, ich habe Ihnen ja schon am Telefon angedeutet, weshalb wir hier sind. Tja, willkommen in Tiflis, Frau Fletch. Herr Gawaldi, bitte. Nehmen Sie Platz. Danke. Danke, Herr von Abo. Sie suchen also eine vermisste Person? Ja, Isabel Jenny. 38 Jahre alt. Sie ist beneidenswert, attraktiv und arbeitet für Teamwork. Das Schweizer Hilfswerk. Klein, aber effektiv. Isabel flog am 28. April von Zürich nach Tiflis und seitdem hat niemand sie gesehen. Warum beschäftigt sich eine Staatsanwältin damit? Noch dazu im Ausland? Ach, Isabel ist eine alte Schulkameradin von mir. Sie meldet sich nicht und sie ist nicht erreichbar und wir sind zufällig im Urlaub hier und da bat mich, ihre Mutter mal nachzuhören. Haben Sie denn schon mit den georgischen Behörden Kontakt aufgenommen? Nein, noch nicht. Gut. Die Zusammenarbeit ist mitunter recht schwierig. Wie lange sind Sie denn in Tiflis? Noch zwei Tage. Dann wollen wir nach Patumi ans Meer. Ah, schön. Die Zukunft hier gehört dem Tourismus. Viele ausländische Investoren beginnen sich für Georgien zu interessieren. Auch Schweizer. Mögen Sie Berge? Na, wenn Sie nicht so steil sind. Ja, also ich melde mich dann bei Ihnen. Sobald wie möglich. Ja? Ja? Tavalli. Tavalli. Lauscht und lauert. In Gedanken sucht er längst nach Spuren. Dabei soll es ein Erholungsurlaub werden. Flucht vor der Untätigkeit weit weg von Zürich. Nur lassen seine Kräfte schneller nach, als er dachte. 41 Jahre bei bester Gesundheit und dann eine Schussverletzung und auf einen Schlag alles vorbei. Alles in Ordnung, Tavalli. Mach auf. Brauchst du Hilfe? Bin gleich soweit. Ich habe mit einer Lili Zagareschvili telefoniert. So wichtig. Meine Frau ist vor drei Jahren gestorben. Sehr überraschend. Sie brachte damals einen Sohn aus erster Ehe mit in die Beziehung. Er war ein... ein besonderer Junge. War. Bolae. So habe ich das nicht gemeint. Bolae ist der Schlüssel. Aber ich halte sie auf, glaube ich. Die Frage ist nur, der Schlüssel wozu? Ich habe von Arburg vorgeladen. Er weiß, wer auf Frank Bolae geschossen hat. Zweiter Juni. Zürich. Polizeibüro. Frank ist ein harter Geschäftsmann. Seine Methoden passen nicht jedem. Außerdem hat er immer wieder Affären. Mit dem Personal. Mit der Amt der Gesellschaft. Mit Isabel Jenny. Er ist eine Entwicklungshelferin in einem Luxushotel. Ihr Freund arbeitet dort. An Armenier. Narek. Narek. Davidian. Sich gegenseitig einen Dienst zu erweisen, hat in Georgien Tradition. Haben Sie sich an illegalen Geschäften beteiligt? Was haben Sie als Botschafter zu bieten? Kontakte? Informationen? Visa? Wie bitte? Teamwork hat Kredite gewährt. Ja, Kleinkredite. An Bauern. Flüchtlinge, die satt sind, können protestieren. Gebildete Bauern stellen Forderungen. Das ist moralisch positiv. Von Aburk wollte sich engagieren. Aber das ist für Diplomaten schwierig. Neutralität. Aburk ist in Isabel verliebt. Sie hat sein Interesse geweckt. Ob sie ihn wohl dazu gebracht hat, Teamwork Geld zu spenden? Wir haben alle Spender überprüft. Er war nicht darunter. Vielleicht gab es andere Wege. 150.000 Franken hat Von Aburk über Eastern Investments am 19. April auf das Konto von Teamwork überwiesen. Auf dem Bankauszug hatte Philipp Knecht in Großbuchstaben Verdankung notiert. Hat er Isabel damit gekauft? Steht er auf jüngere Frauen? Seit dem Tod seiner Frau ist er zumindest keine Beziehung mehr eingegangen. Besser, wir fragen den Herrn nochmal. 3. Juni, Zürich, Hotel National. Ich habe nicht in meinem Namen gespendet, sondern im Namen von Eastern Investments. Was genau macht Eastern Investments? Geld anlegen. Aktien, Fonds, Immobilien. Das Übliche. Gehört die Firma Ihnen? Meinem Stiefsohn. Aber ich habe Vollmachten. Frau Flint, Sie können mir glauben. Meine Beziehung zu Frank. Wie war es gelungen zu entkommen? Regina aufzuspüren. Irgendwo im Dickicht, der hänge oberhalb. Und er hatte sie ins Hotel zurückgebracht. Erschöpft. Im Klaren darüber, dass sie im Wege sind. Aber wem? Das lässt sich nur ahnen. Es ist jetzt gut, sich aneinander festzuhalten. Er schläft jetzt. Mit wem sprichst du? Mein Kavali. Wie ein kleines Kind liegt er da und seufzt im Halbschlaf. Und so will sich Glück an. Ich sehe genau, dass du wach bist. Du blind sitzt. Ich hoffe nur, dass ich nicht wach bin. Komm. 14. Mai, frühmorgens. Zürich. Ja? Der Nachtportier vom National am See. Ob ich Frau Knecht kenne? Meine Visitenkarte war in ihrer Tasche. Sie hat etwas viel getrunken. Ich komme. Das National am See. Ein Zufall? Als ich ankomme, gibt er mir die Sachen von dem Zimmermädchen, Mariana Ratschitsch. Weil ich doch von der Polizei bin. Frau Ratschitsch? Äh, ja gut, aber eigentlich komme ich wegen Frau Knecht. Da hockt sie im Waschraum. In einer Ecke. Völlig verrutscht. Sie waren hier. Isabel Jenny und mein Philipp. Ich habe die Quittung gefunden. Knecht hatte was mit Isabel. Angeblich ein Ausrutscher. Aber am 26. April stand sie plötzlich vor der Tür. Völlig überraschend. Unangemeldet. Ich dachte, es wäre vorbei. Sie hat einen Freund. In Georgien. In einem Hotel. Sie glauben doch nicht, dass mein Mann ihr... Sie... Das ist absurd. Er war mit dir zusammen. Hier. Wie hat er sich danach benommen? Später. Er war... niedergeschlagen. Aber ich wollte nicht wissen, was passiert war. Ich... Ich wollte, dass sie verschwindet. Isabel ist nach Georgien abgereist. Es sei denn, jemand anderes wäre an ihrer Stelle nach Georgien geflogen. 14. Mai, mittags. Zürich. Polizeibüro. Isabel von einem Unbekannten in Tiflis abgeholt. Dieses fragwürdige Verhältnis zu Knecht. Die Transaktionen. Der Suizid, der vielleicht keiner war. Was noch? Der Botschafter. Vielleicht sollte Frau Oberstaatsanwalt Bescheid wissen. Aber Botschafter von Arburg war in der Schweiz. Zur selben Zeit im National am See. Noch ein Liebhaber von Isabel? Möglich. Nur hat sie eine Figur. Von Arburg? 1,8 Millionen Franken hat von Arburg bezahlt, um uns freizukaufen. Was für eine Summe. Für welche Gegenleistung? Kooperation? Erwartet er, dass Kavalli ihn und Bola entlastet? Oder die Ermittlungen einstellt? Oder sucht er Dankbarkeit? Was denkt Kavalli darüber? Und was wird er jetzt tun, so tief verletzt wie er ist? 5. Juni, spätabends, Zürich, Hotel National. Sie sind noch wach. Das trifft sich gut. Herr Kavalli, entschuldigen Sie, aber das ist kein günstiger Moment. Sie brauchen das Geld nicht. Genauso wenig wie ein Luxushotel. Sie wussten, wie wichtig Isabel Teamwork war. War es Rache? Ich verstehe Sie nicht. Nein. Haben Sie diesen Glonti damit beauftragt, Frank Bola zu töten? Wir wissen, dass es Bola war, der Isabel am Flughafen abgeholt hat. Kam es Ihnen gelegen, dass man mich verdächtigte? Herr Kavalli, Was ist das? Eine Überweisung? Über 1,8 Millionen Franken? Frank hat das Geschäft in die Wege geleitet. Bevor Frank das Geld an seine Partner überweisen konnte, geschah der tragische Vorfall in Gertvisi. Sie boten mir einen Deal an. Meine Unterschrift. Gegen die Tatwaffe und entlastende Fotos. Frank wurde tatsächlich beobachtet von Glonti, Auftraggeber unbekannt. Daraufhin wurde er unter Schutz gestellt. Der Verkauf des alten Hotels Kaukasus war nicht mehr zu verhindern. Wohl aber, dass wir für die Tat eines anderen büßen mussten. Die Mafia beschützt ihn? Ich schloss das Geschäft so ab, wie Frank es eingefädelt hatte. Aber sobald ich verstand, woher die 1,8 Millionen Franken standen, war mir klar, was ich tun würde. Tatsächlich. Teamwork als Zahlungsempfänger. Jetzt verstehe ich. Er will für Teamworks Schaden aufkommen. Aus Ihrem Privatvermögen? Außer finanziellen Mitteln habe ich nichts, womit ich mich entschuldigen kann. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich für einige Stunden allein lassen könnten. Schön, die Sterne. Der See. Das Wasser in der Dunkelheit. Die Lichter drüben am Ufer. Offenbar bin ich nicht der Einzige, der nicht schlafen kann. Regina Flint? Regina, ich muss Sie sprechen. Unbedingt. In St. Gallen am Flughafen. Um diese Zeit? Warum am Flughafen? Will er die Schwell verliebt? Sie hat sein Interesse geweckt. Ob sie ihn wohl dazu gebracht hat, Teamwork Geld zu spenden? Wir haben alle Spender überprüft. Er war nicht darunter. Vielleicht gab es andere Wege. 150.000 Franken hat von Aburg über Eastern Investments am 19. April auf das Konto von Teamwork überwiesen. Auf dem Bankauszug hatte Philipp Knecht in Großbuchstaben Verdankung notiert. Hat er Isabel damit gekauft? Steht er auf jüngere Frauen? Seit dem Tod seiner Frau ist er zumindest keine Beziehung mehr eingegangen. Besser, wir fragen den Herrn nochmal. 3. Juni, Zürich. Hotel National. Ich habe nicht in meinem Namen gespendet, sondern im Namen von Eastern Investments. Was genau macht Eastern Investments? Geld anlegen. Aktien, Fonds, Immobilien. Das Übliche. Gehört die Firma Ihnen? Meinem Stiefsohn. Aber ich habe Vollmachten. Frau Flint, Sie können mir glauben, meine Beziehung zu Frank... Frank Bollai? Ihr Stiefsohn? Was hätte es geändert, wenn Sie es gewusst hätten? In der Untersuchungshaft in Tieflis sicher nichts. Aber jetzt macht es doch nachdenklich. Ich gehe Knecht's Konten besser nochmal durch. Aber wie passt Ratschitsch hier hinein, das Zimmermädchen? Wo ist der Zusammenhang? Mirjana Ratschitsch kannte von Abog. Er hinterließ immer Trinkgeld, wenn er in Zürich war. Vielleicht hat sie etwas mitbekommen, was nicht für ihre Ohren bestimmt war. Aber von Abog ließ letztes Mal kein Trinkgeld da. Nur eine angebrochene Pralineschachtel. Mirjana fand das wenig, zwei Pralinesriegel mit Likör. 3. Juni Zürich, Polizeibüro. Knecht hat 1,8 Millionen an von Abog überwiesen. Genau, genauer an Eastern Investments. Und von Abog dann seine Spende von dieser Firma aus. Lilly von Teamwork hat erwähnt, dass es Verhandlungen über einen Verkauf des Frauenheims gibt. Laut Isabel steckt eine Schweizer Firma dahinter. Ja? Wann wurde das Geld überwiesen? Am 23. April. Dann hätte Isabel davon gewusst. Vielleicht kam sie deshalb in die Schweiz. Und vielleicht hat Isabel ihren Eltern etwas erzählt über das Hotel Kaukasus. Hotel Kaukasus? Das Frauenheim. Das ist ein Hotel? Eastern Investments gehört Frank Bollai. Ach, du denkst, Bollai will aus dem Heim wieder ein Hotel machen? Bollai oder Vorderburg? Oder beide. Schutz gestellt. Der Verkauf des alten Hotels Kaukasus war nicht mehr zu verhindern. Wohl aber, dass wir für die Tat eines anderen büsten mussten. Die Mafia beschützt ihn? Ich schloss das Geschäft so ab, wie Frank es eingefädelt hatte. Aber sobald ich verstand, woher die 1,8 Millionen Franken standen, war mir klar, was ich tun würde. Tatsächlich. Teamwork als Zahlungsempfänger. Jetzt verstehe ich. Er will für Teamworks Schaden aufkommen. Aus Ihrem Privatvermögen? Außer finanziellen Mitteln habe ich nichts, womit ich mich entschuldigen kann. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich für einige Stunden allein lassen könnten. Schön, die Sterne. Der See. Das Wasser in der Dunkelheit. Die Lichter drüben am Ufer. Offenbar bin ich nicht der Einzige, der nicht schlafen kann. Regina Flint? Regina, ich muss Sie sprechen. Unbedingt. In St. Gallen am Flughafen. Um diese Zeit? Warum am Flughafen? Will er die Schweiz verlassen? Wir hätten ihn in Haft nehmen sollen. Wir sollen zum Hangar kommen. C4. Ich komme. 6. Juni, frühmorgens. Flughafen St. Gallen. Er ist abgeflogen. Eine PC-12 mit dem Kennzeichen HBSFK. Vor 40 Minuten. Laut Auskunft des Fluglosen hat der Pilot eine direkte Route über das Schwarze Meer nach Georgien eingetragen. Aber er nimmt keinen Funkkontakt auf. Ein Behälter. Aber das ist doch ein Sarg. Meine Güte. Isabel. In Salz eingelegt. Er hat sie konserviert. Wie kommt sie hierher? Mit von Aburg. Vor zweieinhalb Wochen. Von Aburg war nie daran interessiert, den Fall zu klären. Offensichtlich wollte er mit den 1,8 Millionen Bolaes Betrug wiedergutmachen. Und seine eigene Schuld. Er hat vor dem Start nicht getankt. Er hat gar nicht vor, in Tiflis zu landen. Sie ist an einer Atemlähmung gestorben. Aber die Ursache ist nicht erkennbar. Angeblich war Isabel kerngesund. Ich habe kürzlich eine fast identische Diagnose gelesen. Über Mirjana Ratschitsch. Ich muss noch mal ins Büro. Fahren ist Rapport. 6. Juni, Zürich. Polizeibüro. Die Gegenstände aus Ratschitsch spinnt. Durchmittel, Deodorant. Der Botschafter. Kennt ihr Isabel? Isabel verbringt viel Zeit in Gert wie sie. Natürlich kennt sie Bolae, den einzigen Schweizer dort. Er hat uns dahin geführt. Isabel auch? Wir waren jemandem im Weg. Jetzt nicht mehr. Isabel auch? 23. Mai, Zürich. Tobias. Tobias, hör dir das an. Vor 15 Monaten wurde ein georgischer Politiker getötet, offenbar mit derselben Waffe. In der Tat eine Überraschung. Sie gehört dem Mitglied einer paramilitärischen Organisation. Er behauptet, die Pistole sei ihm gestohlen worden, genauso wie sein Handy. Er sei mitten in der Nacht von einem Mann überfallen worden, angeblich von Cavalli. Und die Polizei hat sein Handy in Cavallis Koffer gefunden. Scheiße. Das gefällt mir nicht. Da wird er wohl vom Dienst suspendiert. Und Regina? Ich nehme nicht an, dass die Staatsanwaltschaft anders reagiert. Muss ich eigentlich alles selber machen? Wie konnte euch das entgehen? Von Arburg ist mit Frank Bollei verwandt. Frank Bolleis Mutter lebte im Libanon. Ihr zweiter Mann war dort Botschafter. Pierre Richard von Arburg. Botschafter? Bolleis Vater starb, als er acht Jahre alt war. Und zwei Jahre später heiratete seine Mutter den Diplomaten. Von Arburg ist sein Vater? Stiefvater. Und von Arburg besitzt eine PC-12. Ein eigenes Flugzeug? Das erklärt vieles. Ich habe das Gefühl, der treibt ein Doppelspiel. Von Arburg lügt. Er kennt Isabel Jenny. Cavalli und Flint sitzen vielleicht seinetwegen in der Kiste. Offensichtlich zieht er die Fäden. Tja, vielleicht sollten wir noch einmal im Nationalen See nachschauen. Er war tatsächlich dort. Der Portier erinnert sich Ende April mit einer jungen Frau. Auffallend hübsch. Ihm fiel der Altersunterschied auf und er fragte sich, ob er sie bezahlt. Bingo! Schönheit fällt auf. Jeder kann sich an Isabel erinnern. Lepage hat ihr ein Taxi gerufen. Sie fuhr zu ihren Eltern. Von Arburg blieb in der Stadt. 24. Mai. Tiflis. Untersuchungsgefängnis. Die Zelleninsassinnen sind gegen mich. Dafür kann ich auf die Unterstützung der Wärterin zählen. Dank Von Arburg. So kann ich mit Cavalli zumindest kleine Zettelchen austauschen. Und ich werde das Beste aus dem machen, was uns verbindet. Waren Sie bei Cavalli? Nein. Leider. Haben Sie Nachrichten? Ja, der Alltag ist eintönig. Er bekommt täglich Bohnen. Er schreibt, es muss jemand gewesen sein, der sich in den Bergen auskennt. Sein Spürsinn wäre jetzt nützlich. Ob der etwas faul ist? Und Regina... Regina, Regina! Regina ist im Urlaub. In Georgien. Ausgerechnet. Ja? Tobias? Regina! Wie kommt ihr zurecht? Jasmin hat alles im Griff. Und Frau Oberstaatsanwalt ist gerade raus. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich eine Bitte. Ich bin auf der Suche nach Isabel Jenny. Ihre Familie lebt in Zürich und sie arbeitet für das Hilfswerk Teamwork in Tiflis. Stille Lügen Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Petra Ivanoff. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. 9. Mai, Tiflis. Schweizer Botschaft. Herr Botschafter, ich habe Ihnen ja schon am Telefon angedeutet, weshalb wir hier sind. Tja, willkommen in Tiflis, Frau Fletch. Herr Gawalli, bitte. Nehmen Sie Platz. Danke. Danke, Herr von Abo. Sie suchen also eine vermisste Person? Ja, Isabel Jenny. 38 Jahre alt. Sie ist beneidenswert, attraktiv und arbeitet für Teamwork. Das Schweizer Hilfswerk. Klein, aber effektiv. Isabel flog am 28. April von Zürich nach Tiflis und seitdem hat niemand sie gesehen. Warum beschäftigt sich eine Staatsanwältin damit? Noch dazu im Ausland? Ach, Isabel ist eine alte Schulkameradin von mir. Sie meldet sich nicht und sie ist nicht erreichbar und wir sind zufällig im Urlaub hier und da bat mich, ihre Mutter mal nachzuhören. Haben Sie denn schon mit den georgischen Behörden Kontakt aufgenommen? Nein, noch nicht. Gut. Die Zusammenarbeit ist mitunter recht schwierig. Wie lange sind Sie denn in Tiflis? Noch zwei Tage. Dann wollen wir nach Patumi ans Meer. Ach, schön. Die Zukunft hier gehört dem Tourismus. Viele ausländische Investoren beginnen sich für Georgien zu interessieren. Auch Schweizer. Mögen Sie Berge? Na, wenn Sie nicht so steil sind. Ja, also ich melde mich dann bei Ihnen. Sobald wie möglich. Ja? Kavalli. Brauchst du Hilfe? Bin gleich soweit. Tobias. Tobias, hör dir das an. Vor 15 Monaten wurde ein georgischer Politiker getötet, offenbar mit derselben Waffe. In der Tat eine Überraschung. Sie gehört dem Mitglied einer paramilitärischen Organisation. Er behauptet, die Pistole sei ihm gestohlen worden, genauso wie sein Handy. Er sei mitten in der Nacht von einem Mann überfallen worden, angeblich von Kavalli. Und die Polizei hat sein Handy in Kavallis Koffer gefunden. Scheiße. Das gefällt mir nicht. Dann wird er wohl vom Dienst suspendiert. Und Regina? Ich nehme nicht an, dass die Staatsanwaltschaft anders reagiert. Muss ich eigentlich alles selber machen? Wie konnte euch das entgehen? Von Arburg ist mit Frank Bollei verwandt. Frank Bolleis Mutter lebte im Libanon. Ihr zweiter Mann war dort Botschafter. Pierre Richard von Arburg. Bolleis Vater starb, als er acht Jahre alt war. Und zwei Jahre später heiratete seine Mutter den Diplomaten. Von Arburg ist sein Vater? Stiefvater. Und Von Arburg besitzt eine PC-12. Ein eigenes Flugzeug? Das erklärt vieles. Ich habe das Gefühl, der treibt ein Doppelspiel. Von Arburg lügt. Er kennt Isabel Jenny. Kavalli und Flint sitzen vielleicht seinetwegen in der Kiste. Offensichtlich zieht der die Fäden. Tja, vielleicht sollten wir noch einmal im Nationalen See nachschauen. Er war tatsächlich dort. Der Portier erinnert sich Ende April mit einer jungen Frau. Auffallend hübsch. Ihm fiel der Altersunterschied auf und er fragte sich, ob er sie bezahlt. Bingo! Schönheit fällt auf. Jeder kann sich an Isabel erinnern. Lepage hat ihr ein Taxi gerufen. Sie fuhr zu ihren Eltern. Von Arburg blieb in der Stadt. 24. Mai. Tiflis. Untersuchungsgefängnis. Die Zelleninsassinnen sind gegen mich. Dafür kann ich auf die Unterstützung der Wärterin zählen. Dank von Arburg. So kann ich mit Kavalli zumindest kleine Zettelchen austauschen. Und ich werde das Beste aus dem machen, was uns verbindet. Waren Sie bei Kavalli? Nein, leider. Haben Sie Nachrichten? Ja, der Alltag ist eintönig. Er bekommt täglich Bohnen. Er schreibt, es muss jemand gewesen sein, der sich in den Bergen auskennt. Vielleicht lief ja mit den Krediten tatsächlich etwas nicht so, wie es sollte. Vielleicht wollte diese Levan verhindern, dass sie mehr darüber erfahren. Und versucht uns deshalb einen Mordversuch in die Schuhe zu schieben? Leider kommt die Polizei ohne Tatwaffe nicht weiter. Die Polizei hat keine Beweise. Machen Sie sich keine Sorgen. Dass mein Besuch beim Stabschef eine Blamage war, werde ich nicht verraten. Ich wäre vorbei. Sie hat einen Freund. In Georgien. In einem Hotel. Sie glauben doch nicht, dass mein Mann ihr... Sie... Das ist absurd. Er war mit dir zusammen. Hier. Wie hat er sich danach benommen, später? Er war niedergeschlagen. Aber ich wollte nicht wissen, was passiert war. Ich... Ich wollte, dass sie verschwindet. Isabel ist nach Georgien abgereist. Es sei denn, jemand anderes wäre an ihrer Stelle nach Georgien geflogen. 14. Mai, mittags. Zürich, Polizeibüro. Isabel von einem Unbekannten in Tiflis abgeholt. Und dieses fragwürdige Verhältnis zu Knecht. Die Transaktionen. Der Suizid, der vielleicht keiner war. Was noch? Der Botschafter. Vielleicht sollte Frau Oberstaatsanwalt Bescheid wissen. Aber Botschafter von Aburg war in der Schweiz. Zur selben Zeit im National am See. Noch ein Liebhaber von Isabel? Möglich. Nur hat sie eine viel größere Überraschung. In einem georgischen Bergdorf, Gertwissi, hat es eine Schießerei gegeben. Das Opfer ist ein Schweizer Hotelier. Frank Bollai. Der Chef des Zartfranco. Aber nicht nur das. Unsere beiden Touristen wurden verhaftet. Was? Regina? Verhaftet? Und der Häuptling? Wegen versuchten Mordes. Unmöglich. Wann? Warum? Wie kommen die Gorgi auf die Idee, dass der Häuptling was damit zu tun hat? Ich weiß nur, dass beide ins Untersuchungsgefängnis nach Tiflis gebracht worden sind. Die Botschaft ist eingeschaltet. Regina? Das geht nicht. Da herrschen haarsträubende Zustände. Und der Häuptling ist krank. In georgischen Gefängnissen wird gefoltert. Niemand schaut der Polizei auf die Finger. Wann wurden sie verhaftet? Gestern. In einem Bergdorf. Kann sein, dass ihr Handy dort keinen Empfang hatte. Worüber hast du mit Regina gesprochen? Ob eine Schweizer Firma in georgische Hotels investiert? Der Hotelier Frank Bollai. Der wird gerade nach Zürich überführt, ins Klinikum. Nun bleibt Reginas Arbeit weiter an mir hängen. Da erwarte ich Ihre Unterstützung. Natürlich, Frau Oberstaatsanwältin. Philipp Knechts Beziehung zu Isabel und zu Teamwork. Eine Interessenkollision? Und das Zimmermädchen Mariana Ratschitsch, ob sie Isabel oder Knecht gekannt hat? Ich habe keine Verbindung gefunden, außer dass sie im National am See arbeitete. Am Abend des 26. April hatte sie frei. Wir müssen klären, ob sie Dienst hatte, als von Auerburg dort zu Gast war. Mirianas Mutter hat einen großzügigen Hotelgast erwähnt. Anscheinend gefiel er Mirianer, aber sie hat... Macht Eastern Investments. Geld anlegen. Aktien, Fonds, Immobilien. Das Übliche. Gehört die Firma Ihnen? Meinem Stiefsohn. Aber ich habe Vollmachten. Frau Flint, Sie können mir glauben, meine Beziehung zu Frank... Frank Bollai? Ihr Stiefsohn? Was hätte es geändert, wenn Sie es gewusst hätten? In der Untersuchungshaft in Tieflis sicher nichts. Aber jetzt macht es doch nachdenklich. Ich gehe Knechts Konten besser nochmal durch. Aber wie passt Ratschitsch hier hinein, das Zimmermädchen? Wo ist der Zusammenhang? Mirianer Ratschitsch kannte von Auerburg. Er hinterließ immer Trinkgeld, wenn er in Zürich war. Vielleicht hat sie etwas mitbekommen, was nicht für ihre Ohren bestimmt war. Aber von Auerburg ließ letztes Mal kein Trinkgeld da. Nur eine angebrochene Pralineschachtel. Mirianer fand das wenig, zwei Pralinesriegel mit Likör. 3. Juni, Zürich. Polizeibüro. Knecht hat 1,8 Millionen an von Auerburg überwiesen. Genau, genauer an Eastern Investments. Und von Auerburg dann seine Spende von dieser Firma aus. Lilly von Teamwork hat erwähnt, dass es Verhandlungen über einen Verkauf des Frauenheims gibt. Laut Isabel steckt eine Schweizer Firma dahinter. Ja? Wann wurde das Geld überwiesen? Am 23. April. Dann hätte Isabel davon gewusst. Vielleicht kam sie deshalb in die Schweiz. Und vielleicht hat Isabel ihren Eltern etwas erzählt über das Hotel Kaukasus. Hotel Kaukasus? Das Frauenheim. Das ist ein Hotel? Eastern Investments gehört Frank Bollai. Ach, du denkst, Bollai will aus dem Heim wieder ein Hotel machen? Bollai oder Vorderburg? Oder beide. Das alte Hotel. 1,8 Millionen. Hotel Kaukasus, ja. Ob Isabel etwas... Frag ihre Mutter. Isabel hatte nie längere Beziehungen. Sie verdrehte den Männern den Kopf, ließ sie aber nicht an sich heran. Was steckte dahinter? Einen Missbrauch? Eine Krankheit? Ob Isabel ein glückliches Kind war? Ich glaube schon. Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Vater? Gab es etwas Außergewöhnliches an der Beziehung? Ja, sie stritten ab und zu. Vor allem als Isabel älter wurde. Aber das ist normal. Sagt Ihnen der Name von Arburg etwas? Er ist Schweizer Botschafter in Tiflis. Isabel ist mit ihm geflogen, als sie zu... Kannst du dich noch nach Schweizer Firmen erkundigen, die in georgische Hotels investieren? Bitte. Ja, gut. Wie geht es euch? Hat die Botschaft inzwischen etwas unternommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wir hören nichts von denen. Da wird gerade ein Todesfall gemeldet. Unklare Ursache. Entschuldige, Regina. Da wird gerade ein Todesfall gemeldet. Bis später. 12. Mai. Zürich. Vorstadt. Mirjana Ratschitsch. Zimmermädchen im National am See. Liegt vermutlich schon länger in ihrer Wohnung. Ihre Mutter hat sich Sorgen gemacht. Weil sie nicht zur Arbeit erschienen ist, es ging ihr nicht gut. Alles deutet auf eine Darminfektion. Aber mit Todesfolge? Das sieht nicht ganz astrein aus. Hat die Mutter Anzeige erstattet? Frau Ratschitsch lebt unauffällig. Zurückgezogen. Wie ihre Tochter. Mirjana hat wenig Kontakt zu den Gästen gehabt, sagt sie. Nur der Herr mit der Schokolade sei sehr nett gewesen. Aber zu alt. Leider. Ah, Mist. Ich kann Regina nicht erreichen. Es gibt auch noch andere Staatsanwälte. Darum geht's nicht. Knecht-Suizid gehen mir nicht aus dem Kopf. Knecht regelte die Finanzen von Teamwork. Ich bin überzeugt, Isabel hat ihn besucht, als sie hier war. Kann sein geschäftlich, vielleicht privat. Viola Knecht sagt bestimmt nicht alles. Philipp hat selten über Teamwork gesprochen. Aber er wunderte sich, dass Teamwork in Immobilien investieren wollte. Er hat vor seinem Tod eine große Summe an Eastern Investments überwiesen. Arbeitet Eastern Investments mit Flüchtlingen? Ich nehme doch an, es hat mit ihr... War es ihm wichtig, Isabel zu beeindrucken? Ich denke schon. 13. Mai, Georgien. Luxushotel Saar Franco. Ja? Hallo, Tobias. Störe ich? Regina, Regina, wo seid ihr? Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich konnte dich nicht erreichen. Ja, hier geschehen eigenartige Dinge. Jemand hatte Regina verfolgt, als sie versuchte, draußen zu telefonieren. Im Dunkeln wollte sie davonlaufen, sich verstecken, hatte sich aber verirrt. Aber wem? Das lässt sich nur ahnen. Das lässt sich nur ahnen.